Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Pfingstmontag, den 20. Mai. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Ihre Montagsstimme aus Berlin und damit sind wir auch schon bei der Frage, was diese Folge so besonders macht. Denn an meiner Seite ist mein Kollege Andreas Grobock, den kennen Sie natürlich schon längst als Gastgeber des FAZ-Podcasts für Deutschland. Hallo Andreas. Hallo liebe Corinna. Wir haben einiges Neues vor und das wollten wir in dieser Sendung, in dieser Spezialfolge am Pfingstmontag mal vorstellen. Worum geht's? Ja, wir haben uns Wochen und Monate lang Gedanken gemacht. Wer die Folge am Freitag vom Kollegen Simon Strauß gehört hat, der hat ja auch schon ein bisschen dazu erfahren, aber ganz grundsätzlich ändern wir gar nicht allzu viel. Also es bleibt dabei, dass wir versuchen, tagesaktuelle Themen, Debatten hintergründig und wirklich sehr ausführlich, objektiv wie möglich mit verschiedenen Sichtweisen darzustellen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer, und das bestätigen die uns ja auch immer wieder, dass wir das ganz okay machen, zu wirklich komplexen Themen einfach einen super Überblick bekommen bei uns. Das bleibt so. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das machen wir nicht anders. Also unser Hauptmerkmal. Auch am Nachmittag, ne? Daran bleibt es. Vielleicht kommen wir ein bisschen früher raus, wie wir uns immer. Ja, da geben wir uns Mühe. Also das kann man zumindest mal versprechen, dass wir, also wir haben ja hier jemanden neu eingestellt, der sich so ein bisschen kümmert. Im Übrigen, ich verrate es mal, ein ehemaliger Regisseur, der sich hier so ein bisschen uns Journalisten annimmt und versucht uns ein bisschen, ja, in bessere Abläufe und dramaturgisch spannendere Situationen zu bringen. Und der hat halt auch gesagt, Leute, 16 Uhr muss unser Ziel sein. Hat er in große Augen geguckt am Anfang, aber hat uns auch gezeigt, wie wir es vielleicht schaffen können mit seiner Hilfe. Und ja, das ist jetzt mal das Ziel und der Plan. Genau. Also nachmittags kommen wir raus. Eine halbe Stunde lang wird es bleiben. Das wird unsere Sendedauer. Aber jetzt kommen wir nochmal zum großen, zu einer großen Neuerung. Was wird jetzt anders? Eigentlich kannst du ja anfangen, weil du bist ja sozusagen ab sofort, nee, nee, ab heute ja nur so indirekt, weil wir keine richtige Themenfolge machen, aber dann spätestens ab nächster Woche bist du die Montags-Corinna, die Berlin-Budras. Genau. Ich komme jeden Montag aus Berlin. Das wird der Auftakt der Woche. Da wollen wir uns natürlich Berliner Themen widmen, zum größten Teil. Wenn nichts passiert, was sozusagen das ganze Wochenende uns beschäftigt und vielleicht doch dazu führt, dass wir die Sendung am Montag nochmal komplett umwerfen müssen. Auch das hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder. Dafür sind wir natürlich nicht gefeit, weil die Aktualität natürlich ganz oben steht bei uns. Aber vom Prinzip ist das, ja, ist der Ansatz, dass wir am Montag, dass ich am Montag aus Berlin berichte und Ihnen die heißesten, wichtigsten, aktuellsten Themen. Also keine Berliner Lokalpolitik, keine Angst da draußen. Obwohl die ja auch mitunter ganz unterhaltsam sein kann, hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Aber hier soll es natürlich um die große Bundespolitik gehen, denn da gibt es auch einiges zu berichten. Aber das ist nur der Montag. Und Wirtschaft auch, liebe Corinna, du bist ja eigentlich unsere Hauptstadt-Korrespondentin der FAZ. Also auch das Thema Wirtschaft liegt dir ja sehr am Herzen. Genau. Das kennen vielleicht auch die einen oder anderen schon von mir, dass ich dann besonders Augenmerk auf den Verkehr und den Haushalt oder auch die Bahn lege. Also all das sind so beide Steckenpferde. Aber da sind wir ja möglichst breit aufgestellt. Aber dann geht es ja weiter in der Woche und auch da haben wir eine gewisse Kontinuität künftig. Mehr als vorher. Also bei uns ist es ja immer, wir haben ja sehr viele, sehr gute Hosts, die bei uns die Sendungen dann vorbereiten und dann auch moderieren. Dann war es mal Dienstag der, Mittwoch der, Donnerstag die, Freitag die. Das wird in Zukunft anders. Es wird anstrengender für uns als Hosts. Aber dafür kommt mehr Kontinuität für die Hörerinnen und Hörer rein. Es wird nämlich immer einer oder eine von Dienstag bis Freitag vier Tage am Stück durch moderieren. Also so wie es ja eigentlich die meisten anderen, ob das Tagesthemen, heute Journal oder wer auch immer, es auch machen. Das soll Ihnen auch die Gelegenheit geben, sich ein bisschen stärker auch an uns zu gewöhnen und ein bisschen näher an uns zu rücken. Das wünschen wir uns nämlich auch, dass wir da einen größeren Austausch eintreten mit Ihnen. Das haben Sie ja in den vergangenen Wochen vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, dass wir immer wieder nach Ihrer Meinung fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da sind Sie jetzt gefragt. Absolut. Und da kommen wir jetzt schon zur nächsten großen Neuerung kommen. Nämlich jeden Freitag, also jetzt erst mal B.A.W. bis auf Weiteres, falls Sie das am Ende gar nicht mögen. Wir machen das aber jetzt einfach mal. Jeden Freitag werden wir eine, wir nennen das hier intern, Hörerfolge machen. Das heißt, jeden Montag stellen wir ein Thema vor, eine Debatte, die uns hier sehr beschäftigt, von der wir wissen, dass Sie auch Sie da draußen sehr beschäftigt, weil Sie uns auch dazu schreiben. Und dann haben Sie drei, vier Tage Zeit, uns Mails zu schreiben, Fragen zu schreiben, Ihre Meinung zu geigen, auch per WhatsApp Sprachnachrichten zu schicken, die wir in die Sendung einspielen können. Also da bitte unbedingt gucken mit unserer Handynummer, die wir ja auch in den Shown uns hinterlegt haben, funktioniert das sehr, sehr einfach. Und dann werden wir quasi aufgrund Ihrer Fragen und unserer redaktionellen Vorbereitung diese Freitagssendung gestalten. Und das geht dann schon genau diesen Freitag los. Und wir haben schon das Thema. Ja, dann leg doch mal los. Was wollen wir mit unseren Hörern diskutieren? Ja, das war eigentlich, ja gut, die Diskussion gibt es schon länger. Aber als du die Sendung am Montag gemacht hast und da den FDP-Vize Kubicki zu Gast hattest und auch den Ökonomen Südekum und Kubicki dir eigentlich ganz glasklar gesagt hat, wenn das jetzt mit dem Haushalt nicht verfassungsgemäß klappt, dann ist die Regierung nicht mehr handlungsfähig und am Ende ist die Koalition dann vorbei. Zur Kleinerklärung vorne ab, da ging es um eine Passage, wo wir über die Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze gesprochen haben, die ja ziemlich deutlich sich gegen die Sparvorgaben von Bundesfinanzminister Linder gestellt hat. Und da habe ich gefragt, ob das so danach klingt, ob sie klein beigeben würde, beziehungsweise danach klingt es nicht. Und daraufhin sagte Kubicki. Ja, darauf kommt es nicht an, ob sie klein beigeben würde oder nicht. Denn die Regierung muss insgesamt einen Haushalt aufstellen bis Anfang Juli, um es dem Deutschen Bundestag zuzuleiten. Wenn nicht, wenn diese Regierung das nicht schafft, ist sie am Ende. Das muss man einfach deutlich sagen. Eine Regierung, die innerhalb der gesetzten Grenzen keinen Haushalt vorliegen kann, ist nicht mehr handlungsfähig und damit gibt es auch keine Perspektive. Ja, und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich deutlich. Das muss man ja Kubicki immer lassen, dass er wirklich ein Mann der ehrlichen Worte ist und nicht viel um den heißen Brei herumredet, da auch wirklich klarer ist als viele andere, die da in der Regierungsverantwortung sind. Der ist ja auch nur Fraktionsvize und Parteivize, Entschuldigung, Parteivize und außerdem natürlich Vizepräsident des Bundestages. Das ist dann noch so eine kleine präsidiale Rolle. Aber er ist im Grunde genommen schon derjenige, der am Puls seiner Partei hängt und deutlich sagt, viel deutlicher als die meisten anderen, was da gerade vor sich geht. Und da war der sehr ehrlich. Ich meine, es ist ja so, die müssen bis Juli den neuen Haushalt aufstellen. Da kann man sich jetzt auch wirklich in den nächsten Wochen und Monaten darauf einstellen, dass das ein riesiges Hickhack wird. Und trotzdem ist natürlich die Frage auch berechtigt. Kannst du vielleicht auch sagen, weil du ihn ja auch kennst und auch in deinem Berliner Politbetrieb schon oft getroffen hast, beißen auch Hunde die Bällen oder so laut Bällen wie Kubicki? Ja, dazu muss man in der Tat wissen, dass Kubicki wesentlich konzilianter ist im Umgang, im direkten Umgang, als man das gemeinhin denken könnte. Also es gibt viele in der Koalition, die ihn durchaus mögen. Einerseits eben wegen seiner klaren Worte, aber andererseits, weil er auf der anderen Seite natürlich auch wirklich ein Kumpeltyp sein kann. Ja, also er kann sich wirklich mehr erlauben als andere. Und man muss natürlich deutlich sagen, dass alle drei Parteien, SPD, Grüne und FDP natürlich ein enormes Interesse daran haben, die Koalition aufrecht zu erhalten. Das galt die letzten zweieinhalb Jahre und das gilt natürlich auch immer noch. Aber inzwischen ist so deutlich nicht um jeden Preis. Und das ist das, was sich in den vergangenen Wochen geändert hat. Denn man muss ja deutlich sagen, Konfliktpotenzial gab es irrsinnig viel. Wenn wir mal die Themen aufzählen der vergangenen Monate. Also Kindergrundsicherung beschäftigt uns seit fast einem Jahr inzwischen. Ja, und da hängt das Thema Bürokratie direkt noch mit dran. Mit den 5000 neuen Stellen, die Paus gerne schaffen möchte. Also Doppelproblem sozusagen für die FDP. Ja. Das zweite ist natürlich die Schuldenbremse ganz virulent geworden seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November vergangenen Jahres. Das ist ein wahnsinniger Schock gewesen. Da haben wir auch hier viel drüber geredet für die Bundesregierung. Da haben die sich immer noch nicht erholt. Das wird jetzt in diesen Haushaltsverhandlungen mehr als deutlich. Und es kommt immer wieder zu neuem Konfliktpotenzial. Ja. Und da ist da auch, glaube ich, ein O-Ton sogar mitgebracht noch, ne? Genau. Und das war eben ein O-Ton auch von der Sendung vergangenen Montag von dem Ökonomen Südikum, der sich ja klar gegen die FDP positioniert. Nicht nur, weil er SPD-Mitglied ist und auch die Regierung in vielerlei Hinsicht dann berät, sondern auch, weil er wirklich überzeugt davon ist, dass Sparen das Allerschlechteste in dieser Situation ist. Hören wir da mal rein. Gut, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Teil des politischen Spiels innerhalb der Ampelkoalition. Und vielleicht jetzt auch in Haushaltsverhandlungen nicht ungewöhnlich. Aber diesmal ist es eben ganz besonders zugespitzt. Also Lindner schreibt einen Brief an alle Ressorts. So, ihr müsst jetzt folgenden Betrag einsparen. Schönen Tag noch. Und dann reagieren eben einige Ressorts, indem sie es einfach ignorieren, diesen Brief. Oder sagen so, nö, machen wir nicht. Als Ökonom möchte ich jetzt weniger dieses politische Spielchen bewerten, sondern mehr fragen, ist es denn sinnvoll, jetzt fürs Haushaltsjahr 25 so einen Sparkuss hinzulegen? Und da würde ich eben sagen, nein, das ist nicht sinnvoll. Das würde uns übrigens von Ihnen auch nochmal interessieren, wie Sie diese ganze einzelnen Konfliktsituationen sehen. Also sind Sie auch der Meinung, wie Südikum, dass Sparen jetzt das Dümmste ist und wir einfach investieren müssen. Rente kommt noch mit rein, ne? Bürgergeld, alles deine Wirtschaftsthemen, mit denen du dich auch... Ja, also das spaltet natürlich die Regierung und der Krieg. Absolut. Also ich meine, da kann ich ja auch mal was zu sagen. Ich habe ja jetzt wirklich viele Sendungen dazu gemacht, mit Politikern, Wissenschaftlern gesprochen. War selber ja auch in der Ukraine. Und ja, da muss man schon sagen, da ist sich die Regierung wirklich alles andere als einig. Wenn man jetzt mal guckt, die Grünen, irre meines Erachtens, wenn man die schon lange beobachtet hat, wie die sich verändert haben, weil die würden ja, Annalena Baerbock als Erste, auch als Außenministerin, gerne Taurus an die Ukraine liefern. Scholz dagegen sagt, wie auch die größten Teile der SPD, nein, auf keinen Fall. Da sind wiederum Grüne und FDP nähereinander. Würden das beide, glaube ich, gerne sehen, wenn wir die Ukraine da mehr unterstützen würden. Auch aus dem einfachen Grund, dass wir Sorge haben, wenn wir es jetzt nicht genug tun, dass dann quasi Russland diesen Krieg vielleicht doch gewinnt und irgendwann den nächsten angreift. Aber Scholz ist da ja einfach knallhart, obwohl beide Koalitionspartner es anders sehen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, wie das sein eigener Verteidigungsminister Pistorius sieht. Aber gut, Scholz hat ihn ins Amt gebracht, schon mitten in der Legislaturperiode. Der wird da dem jetzt auch nicht in den Rücken fallen wollen. Aber ja, die Meinungen gehen da zum Thema Ukraine-Unterstützung, zum Thema NATO, zum Thema EU-Beitritt Ukraine, NATO-Beitritt Ukraine. Die Meinungen gehen in dieser Koalition wirklich weit auseinander. Genau, deswegen das alles nochmal zusammengefasst. Unsere Hörerfrage, also unsere Frage, die wir an Sie richten, die Sie bitte uns beantworten auf allen möglichen Wegen. Ampelzoff, um Schuldenbremse, Krieg und Rente, brauchen wir Neuwahlen? Das hört sich natürlich sehr plakativ an, aber ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Also du hast ja schon gesagt, eigentlich hat keiner von den dreien ein großes Interesse daran, diese Koalition jetzt aufzugeben, weil man muss ja nur die Sonntagsfragen sich angucken, wie die drei abschneiden würden. Hätten wir ja mit ziemlicher Garantie auf der Stelle eine CDU-Regierung. Deswegen auch nochmal an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt ein CDU-Parteibuch haben, dürfen Sie uns natürlich auch gerne schreiben. Aber die entscheidendere Frage ist ja, was bringt es uns als Deutschland in dieser Zeit mit diesen vielen schwierigen Fragen? Du hast gesagt, Schuldenbremse, Rente, Krieg, Haushalt, Kindergrundsicherung, Bürokratieabbau über Verkehrswesen in Deutschland, deutsche Bahn, deutsche Straßen und so, brauchen wir gar nicht weiterreden. Es gibt so viele Probleme, schaffen wir das unter denen jetzt noch in den, wie viel ist es noch, vor bleibenden anderthalb Jahren, wirklich Schritte nach vorne zu machen und uns klar zu entscheiden, was wir in vielerlei Hinsicht müssen. Oder wäre es nicht besser, jetzt eine Notbremse zu ziehen und zu sagen, komm, nee, wir werden uns einfach nicht einig, wir wählen neu. Ein Jahr früher. Das Ganze verliert in der Tat diese Frage immer mehr ihren Schrecken. Ich bin ja, war ja lange Zeit gegen diese Frage der Neuwahlen, weil ich einfach quasi die Notwendigkeit oder auch den Anlass nicht gesehen habe. Inzwischen ist man sich da so ein bisschen, ist man ein bisschen ins Schlingeln gekommen und jetzt erscheint sie doch realistischer als vor wenigen Wochen. Schon, ne? Und das am Thema Geld am Ende. Also ich glaube, die ganze Ukraine-Streitereien, die würde diese Koalition am Ende aushalten. Aber ich glaube, jetzt das Thema, das hast du in deiner Sendung am Montag, wer das nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinhören. Ich glaube, sehr klar gemacht, am Geld scheiden sich letzten Endes die Geister. Ja. Ja, und jetzt sind Sie am Zuge. Also, jetzt haben wir, ich glaube, hinreichend dargelegt, was unsere Pläne sind, wie sich ab dieser Woche das alles ändern wird bei uns oder was sich ändern wird. Ja, und dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Ja, bitte schreiben an FAZ. Ne, wie ist unsere Adresse? Entschuldigung, ich sage es schon direkt falsch. Es ist podcast at FAZ.de. Eigentlich ganz einfach, ne? Podcast at FAZ.de. Ich kann jetzt auch, wir können einmal die Nummer nennen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil auswendig lernen hilft nichts. Aber sie steht in den Shownotes. Ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht schreibt ja jemand mit 01727782384. Ist jetzt keine super, leicht merkbare Nummer. Also deswegen bitte einmal in die Shownotes gucken. Die Nummer steht da. Und da können Sie uns sowohl SMS schicken, als auch WhatsApp schicken und vor allem Sprachnachrichten. Wenn Sie uns Sprachnachrichten schicken, bitte einmal vorneweg unbedingt Ihren Namen sagen. Das wäre sehr wichtig. Dann könnten wir das auch in der Sendung vorspielen. Und da ist es eigentlich wurscht, ob Sie Fragen haben, denen wir dann auf den Grund gehen und die wir versuchen zu beantworten oder die wir weiterleiten und uns von jemand anderem beantworten lassen oder ob Sie einfach nur Ihre Meinung sagen. Auch das würden wir sehr gerne hören. Genau. Ja und wie geht es morgen weiter? Denn dann starten wir schon mit dem neuen Format. Das heißt du als Host der Woche. Was hast du am Dienstag vor? Ich mache ein Update zum, gerade haben wir es schon besprochen, Ukraine-Krieg zu allem, was da drumherum passiert und habe mir als ersten Gast in dieser neuen Hostwoche einen alten Bekannten eingeladen, nämlich Karlum Asala. Der ist ja auch Podcaster. Ich mag ihn persönlich sehr gerne, habe ihn persönlich schon oft getroffen. Der kann dann auch mal direkt zu dieser Frage, die wir gerade aufgeworfen haben, seine Meinung sagen, seinen Senf zugeben. Ich meine, Nico Lange war bei uns am Mittwoch in der Sendung zu Gast, hat ganz krasse Forderungen gestellt, wie ich finde, indem er einfach gesagt hat, naja, auch wir, der Westen, wir könnten ja die russischen Drohnen und die russischen Marschflugkörper mit abschießen. Also falls der Kanzler diese Sendung gehört hat, ich könnte mir vorstellen, dass dem die Gesichtszüge eingefroren sind. Aber ja, ich meine, wir brauchen diese Debatte. Die Franzosen erzählen uns seit Wochen und Monaten, dass man zumindest mal über Bodentruppen nachdenken müsste. Egal, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob das einfach nur ein Hinweis an Putin ist nach dem Motto, ey, wir gucken nicht ewig bei allem zu, erlaubt euch nicht zu viel oder ob es auch ernst gemeint ist, aber wir schließen ja alles kategorisch aus. Und ja, diese Diskussion, sie ebbt ja auch nicht ab mit, auch wenn der Kanzler zehnmal sagt, wir liefern kein Taurus. Sie hört nicht auf, weil die Russen hören auch nicht auf die Ukrainer zu schießen. Ja, leider. Das haben wir auch nicht vergessen dabei. Genau. Also dann steht uns morgen wieder ein interessantes Gespräch bevor. Da wünsche ich schon mal viel Spaß und ich melde mich dann wieder am nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.